Ja, hi Willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge wurde Richard zum Oberkönig von Windor gekrönt und hat unseren lieben Espel beauftragt, dass wir nach Land zurückkehren und unseren Bruder davon überzeugen, dass er wieder seine Strata-Einheiten nimmt und rausgeht. Und ja, deswegen müssen wir jetzt auf nach Land. Wenn ich den alleinste Knopf nicht hätte, ne? So, aber ich bin auch hier. Ich habe ein bisschen trainiert mit meinen Charakteren, wie immer. Und ein paar Titel für Malick hier rausgeholt. Also meistens hier nur die Arzt. Und ich rüste mal ein paar neue aus. Feuerschlag, Verletnisglau. Äh, keine Ahnung. Attribut-Kavalier. Äh, nein. Was habt ihr? Giftresistenz. Er wird verdammt oft vergiftet. Der Typ, der geht so schnell kaputt, der dafür so viel abheert. So, hier und da auch noch ein paar neue Verjüngung. Heilungs-Effekt. Ja. So, ein bisschen noch die Charaktere hier ummodellieren. Und dann, äh, eh, komm schon. Äh, da, 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 da. Ja, das ist aber nicht so gut. Teufelsweise nach, das ist A-Art. Ah, der will meistern. Oh cool, nehmen wir das. Und, also elf Schubsachen, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also vielleicht doch, aber naja. Äh, nehmen wir das hier. So. Der Grund, warum ich jetzt wieder neu ausgerüstet habe, ist dir. Wir gehen jetzt mal eine Quest ab, eine hübsche Fußkette und dafür willkommen die magische Charta Nummer 66. Zack. Und natürlich FP. Geil. So, schon wieder ein paar neue Sachen gelernt, ne? Da hab ich wieder umrüsten, weil ich möchte viele Dinge auf der drei haben. Aber ich möchte doch unter Kontrolle haben alles. Äh. Mal irgendwas hier. So, der wird vier schon, mein Gott. Ja, komm, Wertzeichen. Wenn es sein muss. Riesische Angriff. Ja. Und, ja, viele Resistenzen, weil du folgst mir zu schnell. So, dann gehen wir jetzt nach Land. Ich habe übrigens auch, habe ich das schon erzählt, oder das hat der ist in der Trainingstition passiert. Ich habe den Chaos Schwierigkeitsgrad jetzt freigeschaltet, den man bekommt, wenn man... Alter. Ich habe nach Barona, was? Warum muss ich jetzt einen ganzen Weg dahin laufen? Boah. Ja, ist ja nicht so weit. Ich habe, ähm, den Chaos Ziel freigeschaltet, nachdem ich 300 Kämpfe, glaube ich, abgeschlossen habe im, äh, äh, böse, im böse Schwierigkeitsgrad. Und ja, wir spielen jetzt im Moment auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad. So einen riesigen Unterschied macht beim normalen Gegnern, ehrlich gesagt, nicht. Aber bei dem Bosskämpfen werde ich mir ein bisschen Zeit sparen und direkt auf schwer einstellen. Also, ich habe keinen Bock wieder hier einen Kampf zu machen, nur um ihn dann wieder erneut zu machen. Weil das kommt nicht so gut rüber, glaube ich. Können wir machen, wenn ich irgendwie ganz viele Titel habe und meine Charaktere so richtig aufbauen kann. Aber im Moment nicht, ne. Vor allem der Kampf ist, glaube ich, auch nicht so einfach, nicht so easy peasy. Deswegen... Mich stört es jetzt, ehrlich gesagt, ein bisschen, dass ich nicht da hinfahren konnte. Also, ja, fahren. Mehr oder weniger. Ich dachte eigentlich, der Teiltransporter kann mich auch da hinschicken. Aber nein! So habe ich wieder neue Dinger. Ja. So. Zeitsparen, schwer, einen Land. Jetzt habe ich schon wieder voll gespoilert. Jetzt kommt gleich irgendein Kampf. Okay, da kann man nicht durch, ne? Das wäre zu offensichtlich. Ja, aber Asbel ist eine andere Geschichte. Ich glaube, wir sollten unsere Distanz halten. Also, Asbel? Können wir uns alle sneaky, sneaky und evtl. die Garten? Wir klettern über die Mauer. Ich glaube, wir können jetzt hin und einfach rein gehen. Oder so, ma. Wir noch rüberklettern können, hallo? Schießen wir uns mit Pascals Stab nach oben. Wie auch immer das jetzt Sinn macht, aber, naja. Okay, hier darf es, glaube ich, oh, oh, da liegt was, da liegt was her damit. Okay, stopp. Wie geht? Und geworst eine Klingung. Schon wieder. Mein Elfmixer wächst auch verdammt schnell. Kommt in die Ball. Okay, dann schleichen wir uns mal in die Hand rein. Wirklich zum Anwiesen. So. Gucken wir mal, ob wir Hubert jetzt überreden können, freundlich hier raus zu marschieren, aber, naja. Ja. Wird schon klappen. Ich meine, die letzte Begegnung, die war doch auch voll... Mal prüfen. So fehlt das, hm? Die war doch auch richtig freundschaftlich, richtig brüderlich, die letzte Begegnung, ne? Hallöchen, kann ich anfragen, hier ausfüllen. Ha! Na komm. So, dann muss ich wieder neu ausrüsten, Mann. Hä? Na, hallo? Wie wird schon angeboten, mir? So, viele Widerstandssachen, am besten. Autokopiererholung, ja, das ist gut. Ja. Ich möchte nicht so schnell verrecken, deswegen tue ich. Ja. Und Walzer Schmittler. Ja. So. Okay. Ich bin nur im Anwesen, was soll ich denn auch machen? Voll kompliziert, ja. Hi. Okay. Okay. Das ist nicht erwartet. Ich erinnere mich nicht, dich zu sehen. Hubert. Wir müssen reden. Ich versuche nicht, dass ich nicht unkonditionelle Entfernung akzeptieren. Aber lass uns zumindest sitz und negatieren. Widerstandssachung von Kreis ist gefährlich hoch. Und wenn es rauskommt, werden die Mitglieder in Probleme. Bitte, Hubert. Bedeute ich dir nichts, Mann? Mmh. Du kinkst nicht, dass ich mein Bruder Donald scagne. Ich zeige mich zu haben. Ich versuche, zu kommen. Dann bist du naiv. Dann bist du naiv. Was? Ja, ich meinte nein. Lass mich. Dann bist du sowas ein Paar und ein Pfarrer. Lass uns raus gehen. Wir müssen wissen, was passiert. Jetzt geht's wieder um dich. Also haben wir neue Anfragen. Das wäre jetzt so gut gewesen. Okay, noch nötig. So, was ist denn das für ein Graf hier draußen? So, war dein Bruder überzeugt? Das ist jetzt wirklich ein Unterschied. Du hast doch hier schon angegriffen. Wenn du etwas richtig gemacht hast, musst du es dir selbst machen. Richard, warum machst du das? Ich habe dir bereits gesagt, dass ich mich anzupassen habe. Ich mache das für dich, Asbel. Erinnerst du, als ich versuchte, dir deine Zuhause zu helfen? Ich habe das nie gefragt, Richard! Oh, ich weiß, aber... Ich habe das auch gemacht. Also? Die Leute dieser Lande müssen verstehen, dass es keine Schmerzen für diejenigen, die mich beschweren. Keine Schmerzen? Es scheint, dass das die einzige Sache, die du immer noch nicht sprachst. Was du machst, ist falsch! Das ist falsch! Das ist falsch, Asbel. Komm, Sophie. Let's go! Nein! Ich stehe! Komm! Asbel! 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 Keine Sorge, bei uns geht gut. Ich werde dir noch einmal fragen, Asbel. Was ist das, was ich falsch gemacht habe? Ich dachte, dass du, von allen Menschen, mich immer verstehen würdest. Ich verstehe mich. Ich verstehe mich. Jeder hat mich betraut. Und am Ende, auch du hast... Ach, komm schon, letztens hast du den Boden mit mir aufgewischt. Ist das wirklich Richard? Wie, wie kann er so stark sein? Was ist hier schnauig? Wir! Ich stehe! Ich stehe jetzt! Ich stehe jetzt! Was ist hier? Es ist hier? Was ist hier? Es ist hier? Was ist hier?! Sofie! Why did you come back? To protect you! There's that light! Just like before! Nazeo again! How long do you plan to stand against me? Forever! This time I won't let them get hurt! Sofie, is your... memory back? No. It's happening... again. You betrayed me. You... you betrayed me! Und Richard dreht schon wieder durch. Nova. Ja, Nova Barrieren. Ma! Ma, dafür dürfte ich mal auf Espel wechseln, weil mit so viel weiß ich nicht, wo ich Nova Angriff habe, da, okay. Ja, manchmal umgeben sich Feinde mit einer Nova Attribut Nova Barrieren. In dem Fall schlagen wir mit der richtigen Art zurück. So, Espel, bitte. Oh Gott. Das geht doch schon mal gut. Komm schon, wir waren doch Kindheitsfreunde irgendwie. Und jetzt sowas. Richard. Er will 38, okay, das geht. Richard, der plötzlich erst für uns eine Freundin ergriffen hat. Warum nur? Ja. Ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Soviel hat schon wieder das gemacht, was sie vor sieben Jahren gemacht hat. Was auch immer es war. Und oh Gott. Oh gut. War ein Schwertangriff. Und übrigens, Hubert kämpft mit uns. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Hey, Orms. Den Kampf müssen wir aber schaffen, okay. Hätte ja gelacht. Ich bin doch ja voll am Gewinn. Mal, Richard, warum tust du das? Mama ist es auf einmal, dass wir uns verraten haben. Du verrätst uns da hier irgendwie. Oh Gott. Und aus irgendeinem Grund sieht die Mystica viel teuflischer aus. Wenn er sie als Gegner einsetzt. Boah, ich muss aufpassen. Wir haben nur eine Heilerin. Und die kann immer nur einen heilen. Aber ja, guter, guter, guter. Soll ich mal mit Arzt angreifen. Aua. Den kann ich schaffen, weil ich es mal. Wir sind zeitgespart. Nicht wahr? Komm, 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 oh Gott. Ja, bei dir dauern die Zauern natürlich viel kürzer als bei mir, ist klar. Boah, ich brauche unbedingt mehr SK. Wieso habe ich nur 7 SK, hallo? Okay, den Kampf, den schaffen wir gar. Oh Gott, rennt weg. Zurück, 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 habe ich gesagt. Das ist mit ihm nur, ist vor allem feststecken gewesen. Sag mal, wäre ich vielleicht doch ein Schwierigkeitsratürer spielen müssen. Weil irgendwie hat er gar keine Chance. Guckt euch an, wie viele Kombos wir machen. Ah, verdammt. Ich muss mal ein Video gut abgeht. Was mir? Verdammt, ich wollte Mystikal einsetzen. Okay, schade. Ja. Das war es mit Richard. Wie immer? Stattlicher Paragon, schicke Modeikon und Doppelklingen, ihr liebe Titel. Okay, was passiert jetzt? Okay, was passiert jetzt? Okay. Okay. Was ist das? Ich glaube wir haben gewonnen. Du bist okay? Geh mit mir! Sophie, bist du okay? Hold on! Ich bin gut. Ich erinnere mich jetzt. Ich erinnere dich. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Leutnant! Sind Sie verletzt? Keine Angst auf mich. Was ist die Situation außerhalb? Wendor's army hat aus der Stadt mit dem King Richard. Deflue die Leute, um die Garten zu schützen. Nicht nach Wendor! Ja, Sir! ... das Gesicht. Äh, ja. Das ist nicht wahr. Du hast mich beschädigt, Asbel. Du hast mich beschädigt. Du hast mich beschädigt. Just wie du, wenn du ein Kind warst. Ich weiß nicht viel, aber trotzdem bin ich glücklich. Und trotzdem... Ich frage warum. Ich bin Angst, für eine gewisse Sache. Ich bin Angst, Und ich erinnere meine Vergangenheit. Sophie... Wo war die ganze Zeit? Egal. Und speichern! Geil! Wir haben jetzt glaube ich Kapitel 2? Kapitel 3? Weiß ich nicht. Kapitel 3. Abgeschlossen. Und ja. Weiter geht's. Oder auch nicht. Ich bin auch blöd. Wird mir gerade angeboten zu speichern. Und da kommt so eine Pause und ich mach keine Pause. Warte, lass mich noch ausfasseln. Warte, lass mich noch ausfasseln. Ja, das passiert, wenn man ohne Hirn und Verstand spielt. Ja, ich würde dann sagen, das ist der perfekte Schnitt gewesen. Und... Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Christ's F. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.